Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. Heute mal unterwegs in Playa del Inglés und wir haben Kalima, ja, mal wieder. So, dann fangen wir mal an mit kurzen Sätzen. Der Markt. Auf dem Markt verkaufen sie auch Blumen. El Mercado. En el Mercado también venden Flores. En el Mercado también venden Flores. Auf dem Markt verkaufen sie auch Blumen. Der Bruder. Mein Bruder heißt Luis. El hermano. Mi hermano se llama Luis. Mi hermano se llama Luis. Mein Bruder heißt Luis. Die Schwester. Meine Schwester ist krank. La hermana. Mi hermana está enferma. Mi hermana está enferma. Meine Schwester ist krank. Die Geschwister. Wir sind drei Geschwister. Los hermanos. Somos tres hermanos. Somos tres hermanos. Wir sind drei Geschwister. Der Ehemann. Wie geht's deinem Mann, Beatriz? Er ist mit meiner Schwester verheiratet. Casado oder casada. Está casado con mi hermana. Está casado con mi hermana. Er ist mit meiner Schwester verheiratet. So, das langt. Das waren wieder ein paar neue Wörter. Und ich sage gracias y hasta mañana. Ich danke. асс turned ab. Has tons lieben.